Siehst gut ab. Hallo, Barney. Was führt dich her, Kumpel? Ich suche nach Dr. Veronika Ryan. Da bist du nicht der einzige Mann. Was meinst du? Die gute Frau Doktor steckt in Schwierigkeiten. Und zwar in recht seltsamen. In Old Villador ist nämlich eine Gruppe von Abtrünnigen aufgetaucht. Zuerst haben wir uns auf einen weiteren Kampf eingestellt. Sie griffen den Bazar aber gar nicht an. Sie fragten nur nach Dr. Ryan. Natürlich haben wir ihm nicht erzählt, wo sie ist. Und wo ist Veronika? Mir kannst du das doch sagen, oder? In einem Versteck. Vincenzo und ein paar unserer Leute schützen sie dort. Je weniger Leute aber von diesem Ort wissen, desto sicherer ist sie. Sag mir wo, Barney. Falls die Abtrünnigen Veronika jagen, werden ein paar Leute nicht ausreichen. Du kannst einfach keinen Campus im Weg gehen, was? Das Gebäude ist im Norden von Quarry End. Cortison Rollstreet. Das hast du aber nicht von mir, ja? Danke für die Info. Ich geh los und helfe ihnen. Und da heißt es, ich sei derjenige, der immer auf einem Kampfhaus ist. Auf jeden Fall viel Glück, Mann. Und da heißt es, ich weiß nicht, dass ich die Abtrünnige, die Abtrünnige, die Abtrünnige, die Abbrünnige, 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 Oh Gott. Du wirst drehen, verstanden? Du wirst drehen! Du wirst drehen! Du wirst drehen! Du wirst drehen! Harte Nuss! Muss man zugeben! Soll ich ein heißes... Bist du bereit für den Arschluss? Du wirst drehen! Sie sind in der Hand! Ah! 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 Aiden. Gott sei Dank. Wo ist Veronika? Sie konnte entkommen. Ich muss sie einfach nur finden. Weißt du, wo sie jetzt ist? Nein. Wir könnten aber versuchen, sie zu kontaktieren. Veronika? Veronika? Bist du in Sicherheit? Veronika? Scheiße. Da stimmt irgendwas nicht. Ja. Ich bin in Sicherheit. Und du? Ich jetzt auch. Da ist jemand, der mit dir reden muss. Dr. Ryan, ich bin Aiden. Ich weiß, dass Sie von den Abtrünnigen gejagt werden. Beeil dich, Aiden. Hier werden jeden Augenblick noch mehr Abtrünnige auftauchen. Juan Rayner erzählte, sie hätten für die GRE gearbeitet. Ich brauche Zugang zur GRE-Datenbank im Observatorium. Ich habe einen GRE-Schlüssel. Einen GRE-Zugangsschlüssel? Ja, aber so sagte man mir. Denken Sie, Sie könnten... Lass uns treffen. Ich werde in einem kleinen Gebäude in der Nähe des Dams sein. Beim Observatorium. Okay. Ich... Ähm, hallo? Sei vorsichtig, Aiden. Der Ort ist voller Chemikalien. Ich pass auf. Danke für die Warnung, Vincenzo. Ich danke dir. Ich bin froh, dass du aufgetaucht bist. Alles Gute, Aiden. Bis dann. dann muss dich, Aiden. Dack! Okay. Aiden, du bist vermutlich gerade zu Veronica Ryan unterwegs. Aber ich habe was rausgefunden. Was denn? Matt hat die Ladung umgeladen. Ich glaube, er hat mehrere Züge und seine Basis ist irgendwo in Old Villador. Du siehst Gespensterruhren. Wirst langsam zum Verschwörungshaini. Ich weiß, dass du gerade zu Veronica willst. Aber wenn Matt wieder am Rad dreht, wenn er den Damm angreift, schickt uns Williams die Chemiescheiße aus der Erde. Weißt du, was das heißt? Er wird alles und jeden töten. Dich, mich, Veronica Ryan und auch dein Schwesterherz. Kapiert? Hilf mir. Und wenn ich Ja sage, was muss ich dann tun? In Old Villador haben wir keine Antennen. Deshalb konnte Matt vom Radar verschwinden. Aber auf dem Kamin des Umspannwerks ist eine. Richte sie auf die korrekte Frequenz aus. Dann finden wir raus, von wo der Angriff starten wird. Alles andere mache ich. Okay, ich schau mir das mal an. Aiden, es geht hier um Leben und Tod. Enttäusche mich nicht. Du bist das. Ich... Ich erinnere, dachte mir schon, unsere Wege kreuzen sich früher oder später. Du hast Barney wieder zusammengeflickt, oder? Er wimmerte wie ein kleines Baby, als er die Nadel sah. Und diese Abtrünnigen, warum sind die hinter dir her? Vermutlich aus dem gleichen Grund wie bei dir, um auf die GRE-Datenbank zuzugreifen. Was willst du damit, Aiden? Warum riskierst du so viel? Ich suche nach meiner Schwester. Deine Schwester war bei der GRE? Nein, sie war eine Gefangene. Ich habe sie seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Eine Gefangene? Du meinst eine Versuchsperson? Ich weiß nicht, was ich finden werde. Sie ist die einzige Familie, die ich habe. Die einzige Antwort auf das, was Waltz uns antat. Waltz? Er hat uns dort festgehalten. Sein Hobby war es, an Kindern zu experimentieren. Wusstest du etwas davon? Ich war nur eine mittelrangige Ärztin, Aiden. Tut mir leid. Möchtest du noch was wissen? Oder können wir los? Also, wie hast du vor, ins Observatorium zu gelangen? Sieh mal. Es gibt einen Sicherheitstunnel in dem Komplex. Er wurde vor Jahren versperrt. Gib mir den Schlüssel, Aiden. Bist du sicher, der Schlüssel funktioniert? Bislang hat er das. Vielleicht ist das Problem, dass das Gebäude keinen Strom hat. Gibt es da noch einen anderen Weg hinein? Es kommt darauf an, wie viel Risiko wir eingehen wollen. Wenn du mich fragst, ein hohes. Okay. Dann komm mit. Ich muss dir etwas zeigen. Dann komm mit. Siehst du diese Kuppeln? Ja. Der Ort ist aber mit Chemikalien geflutet. Die GRE hatte dafür eine Lösung. Als sie die THV-Gen-Mords schufen, mussten sie ihre Angestellten vor der Belastung schützen. Die THV-was? Die Chemikalien. Sie entwickelten Blocker. Spritzen, die ihre Arbeiter einige Minuten vor den Dämpfen schützten. Zum Glück habe ich noch zwei Dosen davon. Ich hatte das Gefühl, die würden eines Tages noch nützlich werden. Die müssen ja ziemlich viel wert sein. Sie sind extrem selten. Vorerst werden wir aber nur eine brauchen. Für dich. So, kann losgehen. Wenn du dort bist, schließ zuerst den Strom wieder an. Dann kann ich nachkommen. Streck deinen Arm aus. Denk daran. Die Spritze schützt dich nur für begrenzte Zeit vor den Chemikalien. Kann ich denn nicht gleich beide nehmen? Nein, nicht gleichzeitig. Das Zeug ist zu stark. Begib dich so schnell wie möglich zu kleineren Kuppeln. Und von dort aus dann zur größeren. Du solltest eine Tür nach drinnen finden. Dort bist du dann sicher. Begib dich dann zu Block B. Dort sollte sich der Hauptschutzschalter des Gebäudes befinden. Sobald du den Strom wieder eingeschaltet hast, wird die Sicherheitstür entriegelt. Dann kann ich durch den Tunnel nachkommen, den ich dir gezeigt habe. Jetzt geh. Der Blocker wirkt schon. Ach, der Blocker wirkt. Der Blocker wirkt. Bauer, Fehlfunktion des Hauptstromkreises im Block B. Notfallprotokoll initiiert. Veronika, ich habe es durch die Chemikalien zur ersten Kuppel geschafft. Großartig. Jetzt begib dich zur zweiten. Finde eine Tür, eine Klappe oder irgendwas, das unter die Erde führt. Okay. Okay. Veronika, ich habe den Eingang gefunden. So weit, so gut. Äh, woher kennst du das hier überhaupt so gut? Ich war nur einmal hier, vor langer Zeit. Ich habe aber ein gutes Gedächtnis. Klingt hilfreich. Naja, manchmal ist es eher ein Fluch. Echt. Veronika, hier ist eine Horde Infizierter. Scheiße. Ich hatte gehofft, dass es mittlerweile leer sein würde. Tja, ist es nicht. Keine Ahnung, ob ich hier durchkomme. Benutze die UV-Taschenlampe an deinem Gürtel. Das sollte sie in Schach halten. Bleib nur nicht stehen, Aiden. Das sollte sie in Schach halten. Oh Gott. Das war's für heute. 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 Wir treffen uns an den Aufzügen. Das war's für heute. Das war's für heute. Noch weiter runter? Noch sechs Stoppwerke nach unten. Hattest du schon immer Platzangst? Im Ernst? Das war's für heute, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute, das war's für heute. Das war's für heute. Wir müssen wir, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute, das war's für heute. Das war's für heute, das war's für heute. Und da war's für heute, das war's für heute. So, ich stecke einfach dieses Kabel rein. Könnte hinhauen. Veronika, wie geht's dir? Ich will nur zu dieser Datenbank. Und dann hier raus. Du machst das toll. Sag einfach was. Warum hilfst du mir wirklich? Du gehst ein großes Risiko ein. Ich hab versprochen, dir zu helfen. Richtig? Okay, ich hab verstanden. Halte einfach durch. Ich bin gleich da. Danke. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Oh, 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 oh. Hm? I don't know. I don't know. Kluge Entscheidung, den Schaltkreis umzuleiten. Ja, hat mir ein paar Mal das Leben gerettet. Veronika, sollen wir gehen? Ja. Lass uns das erledigen und dann von hier verschwinden. Hier lang. Der Hauptcomputer ist dort. Du wirst endlich erfahren, was mit deiner Schwester passiert ist. Sie ist alles, was ich hab. Was ist mit euren Eltern? An die erinnere ich mich nicht mehr. Nur noch an sie. Wir... Wir waren ein gutes Team. Ohne sie ist es als ob... Ich weiß nicht. Was weißt du nicht? Na ja... Ich weiß nicht wirklich, wer ich bin. Wir sind alle andere Menschen, als wir noch vor 15 Jahren waren. Wir sind alle... ...verloren. Hier ist es. Schon wieder verschlossen. Was jetzt? Das Terminal ist nicht aktiv. Das Sicherheitssystem hat diesen Bereich abgeriegelt. Das war's dann wohl. Ich hab eine Idee. Versuche, den Offiziersraum zu finden. Dort gibt es ein Sicherheitspult. Wir könnten versuchen, die Türsperren von dort aus zu bedienen. Du müsstest deinen GRE-Schlüssel dafür nutzen können. Du weißt ziemlich viel über dieses Gebäude. Bitte, führ einfach den Schlüssel ein und wähle Notfallsperrung auf dem Bildschirm. Ich werd dir alles erklären, sobald du fertig bist. Du weißt, die Türsperren von dem Bildschirm warst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist los? Verdammt, ich weiß nicht. Versuch nochmal. Es steckt fest. Scheiß drauf, ich werde... Nein, warte. Ich warte nicht mehr. Ich will antworten. Oh, wow. Nur also. Veronika, was ist los? Sag was, Veronika, bist du in Ordnung? Scheint, als hätten wir ein Alarm ausgelöst. Dekontaminierung, das klingt nicht gut. Ist es auch nicht. Chemische Dekontaminierung, tödlich. Können wir das aufhalten? Ich weiß nicht. Veronika? Veronika? Verwachen Sie Ruh. Veronika? Ich kann es nicht stoppen. Du doch was. Ich denke nach. Na dann denk schneller. Blocker, ich habe noch eine Dosis. Du musst eine für dich finden. Eine Ahnung, wo ich suchen soll? Im Kontrollraum sind vielleicht welche gelagert. Los, finde den Kontrollraum. Wir haben den Vorgang bereit zur Initierung. Find deinen Weg nach oben, beeil dich. Kontrollraum, oben. Die Dekontaminierung ist vorgeheblich. Schnell! Ich weiß, ich weiß. Hab eine. Das ist es. So, und jetzt wird's lustig. Aiden, habt ihr's geschafft? Aiden? Aiden? Aiden, alles in Ordnung? Ja. Ja, ich hab den Blocker genommen. Gott sei Dank. Ich glaub, wir sind jetzt sicher. Ach, schön zu hören. Bereit zum reinstecken? Was denn sonst? Mach schon! Drück die Daumen, Aiden. Der Moment der Wahrheit. Verdammt! Es ist kaputt. Oh nein, verarschst du mich? Ja, es ist nur ein altes System. Warte, gib mir den Schlüssel. Autorisierung erteilt. Es gibt eine Liste von Patienten und Angestellten. Wen willst du zuerst suchen? Such nach mir. Ist das deine Schwester? Ja. Nichts. Unmöglich. Sie war dort. Mit mir. Ich suche schon. Tut mir leid, Aiden. Daten zeigen keine Patientin namens mir. Fuck! Das gibt's doch nicht! Na, such mal nach meinem Namen. Aiden. Aiden. Es gibt einen Eintrag unter den jüngsten Kindern. Ja, 2020. Aiden Caldwell. Ist das dein Nachname? Naja, das ist er jetzt. Was steht da? Daten streng geheim. Nur eine Notiz. Warnung. Patient zeigt äußerst hohe Toleranz gegenüber der Substanz. Die meisten Tests durchgeführt. Außerordentliche Ergebnisse. Aiden, alles in Ordnung? Ja, ich glaub schon. Sonst noch was? Was? Das ist alles. Warnung. Schon dabei. Ein Eintrag. Klinische Studien. Substanz 1354. Studie aufgegeben. Alle Patienten aus dem Zentrum entlassen. Geh alle Namen durch. Ach, Patient entlassen. Alle? Ja. Verflucht. Nichts darüber, wo sie hin sind? Oder über diese Substanz 1354 oder so. Tut mir leid, Aiden. Da ist noch mehr. Die Substanz wurde auch an Infizierten getestet. In GRI-Einrichtungen in der Stadt. Erfolglos. Das Projekt wurde von X13 geleitet und überwacht. Es wurde schließlich eingestellt. So wie auch X13. Noch irgendwas über dieses X13? Hier drin? Wohl nicht. Aber ich hab davon gehört. X13 war eines der GRI-Zentren. Und die Substanz? Weißt du, was das ist? Es gab so viele Tests und klinische Studien, Aiden. Ich suche mal nach den Forschungsdaten. Hier stimmt was nicht. Was meinst du? Hier steht ein Vorgang, wurde initiiert. Noch ein Vorgang? Ich suche schon... viele Daten. Gestartet und dann angehalten. Vor elf Jahren. Fortgeführt vor wenigen Tagen. In X10. Es gibt auch eine Karte. Es sind mehrere Standorte markiert. Auch das Observatorium. Was zum Teufel bedeutet das alles? Ich hab keine Ahnung, aber... Alarm. Unbefugte Zutritt. Alarm. Ein Infizierte? Die müssen hier irgendwo sein. Ach, ich bin... Ach, Troniker. Sie müssen uns gefolgt sein. Wir haben keine Zeit. Schnell. Nimm den Schlüssel, versteck dich und schließ dich ein. Ich kümmere mich um die. Aiden. Wir wissen nicht, wie viele es sind. Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich. Ich kümmere mich um die Zachtfunk. Ich kümmere mich Funny. Ich kümmere mich darum. selfie- Kleine. BiterJ Das war's für heute. Ja, aber ich habe schlechte Neuigkeiten. Diese Standorte im GAE-System. Das scheinen Ziele zu sein. Ziele für Raketenangriffe. Raketenangriffe? Was redest du da? Das Ausfallsicherungsprotokoll. Wir haben nicht viel Zeit. Hör zu, hier sind Riverend und Garrison markiert. Das ist im Zentralring. Dort leben Menschen. Du musst Frank warnen. Okay, okay, das werde ich. Frank? Frank Denchvittle ist auf einer taktischen Karte verzeichnet. Sagt den Leuten, dass sie dort raus müssen. Was? Egal, sorg einfach nur dafür, dass alle von dort verschwinden, Frank. Wie soll ich Sie warnen, Aiden? Ich habe keine Möglichkeit, eine Notfallwarnung auszugeben. Ich versuche, so viele wie möglich zu erreichen. Gott, scheiße. Ach, verdammt doch mal auf! Warte hier. Ich werde versuchen, von oben an sie ranzukommen und sie zu erledigen. Du bist hier sicher. Ich habe viel von dir gehört. Man könnte sagen, ich bin ein Pferd. Na ja, willst du ein Autogramm? Ich werde nichts erreichen. Ich werde nicht mehr sein. Eingeweicht, tapizieren. Aiden, Aiden, ich sitze in der Falle. Das gefällt mir wirklich nicht. Haltet durch. Aiden, Aiden, ich sitze in der Falle. Aiden, Aiden, ich sitze in der Falle. Auf Gamte, Aiden, ich tut es uns. Aiden, ich tut mir lecker. Katze, dein Geis, K Hook. Den Eingang. Das war's für heute. Veronika, ich glaube, es ist jetzt sicher, aber wir müssen weg von hier. Veronika? Veronika, ich glaube, es ist sicher, dass ich nicht so gut bin. Veronika, bist du da? Veronika, sprich mit mir! Ich musste dort raus, Aiden. Tut mir leid. Ich fühlte mich dort in der Falle. Okay, wo bist du? Ich bin zu den Aufzügen gegangen. Ich... Veronika, was ist los? Hier ist jemand, Aiden. Oh nein. Nein, nein, nein! Veronika! Sie war hier. Das ist ihr Funkgerät. Finde sie. Ja, auf die Banke! Wir gehen los. Schrauben sie euch! Schrauben sie euch! Aiden. Wolf. Er ist hier. Sie werden mich bald finden. Beeil dich, Aiden. Bitte! Da ist jemand! Veronika, haltet durch! Veronika, sprich mit mir! Haltet euch, Veronika. Bin unterwegs. Was ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Lauf! Oh, shit! Veronika, lauf nach draußen! Haltet euch, Ich bin der Mann. Annika, verschwinde. Gib mir den verdankten Schlüssel. Gib ihn mir. Lauf, ich halte ihn auf. Was willst du mit dem Schlüssel, du Wichser? Was hast du mit mir gemacht? Arme kleine Junge. Du wirst scheinern, ey. Gib mir den verdammten Schlüssel. Was hast du mit meiner Schwester gemacht? Sie hat schon lange hinter dich. Nein! Ich bring dich um! Du sollst nicht zurückkommen sollen. Schlagg zu, Aiden! Das ist nicht sinnlos, Aiden! Toh! Ich ... dich! Borat! Oh, oh, oh. Ich habe dich geschockt! Du hättest schon vor Jahren sterben sollen. Aiden! Halte durch! Das wird wieder! Halte einfach durch! Aiden! Alles gut, Aiden! Alles gut, Aiden! Nein! Aiden! Veronika! Oh mein Gott! Nein! Wals, was hast du mit mir gemacht? Dir die Wahrheit gezeigt? Verfass! Es ist zu spät. Aiden! Aiden! Wo steckst du? Aiden! 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 Hey! Ich hab hier ein Signal! Schnell! Unter den Trümmern! Er ist hier! Aiden! Bleib bei mir! Wals hat den Schlüssel, Le'Wan! Verdammt, Aiden! Du bist schwer! Fast da! Halte einfach durch! Halte durch! Da bist du ja wieder! Ein Glück! Lass das endlich! Ich hab mir Sorgen gemacht und ich mache mir sonst nie Sorgen! Bleib weg von mir, Le'Wan! Wow! Mit Blumen hatte ich zwar nicht gerechnet, aber ein Dankeschön wäre ganz nett dafür, dass ich dich unter dem Schutt rausgezogen und dich auf dem Buckel hierher geschleppt habe! Du begreifst das nicht, Le'Wan! Ich... Was? Hey! Ich hab Veronika getötet! Was? Ich hab sie getötet! Und das ist noch nicht alles! Ich verwandle mich! Ich habe Veronikas Leiche gesehen! Als hätte sie einen Schattenjäger zerrissen! Du hättest niemals! Walt sagte mir, dass Mia tot ist! Ich muss ja weg! Vor mir ist niemand sicher! Niemand! Und wenn er dich angelogen hat? Wenn Mia doch lebt? Selbst wenn nicht! Du hast Veronika nicht getötet, Aiden! Das warst nicht du! Glaub mir! Das warst nicht du! Wenn Waltz an deiner Verwandlung schuld ist, dann bringen wir ihn dazu, sie rückgängig zu machen! Okay? Ich helfe dir! Wie? Waltz hat die Hemmstoffe entwickelt! Also weiß er auch, wie man ihre Wirkung um... Was ist das? Komm! Wahrscheinlich stürzt wieder gerade ein Gebäude ein! Oh mein Gott! Der Schlechter! Er bringt zu Ende, was er vor elf Jahren begann! Es ist Waltz! Er hat den Schlüssel eingesetzt! Damit ging alles los! Wovon redest du da? Dylan wollte verhindern, dass Waltz den GRE-Schlüssel kriegt! Er wusste, dass dann die ganze Stadt in Gefahr hat! Waltz holte sich den Schlüssel von Veronica! Und dann floh er! Er braucht ihn offenbar für was anderes! Begreifst du es jetzt? Du musst ihn aufhalten! Ihn und Williams! Um jeden Preis! LeWon! Ich kann nicht kontrollieren, wann die Verwandlung kommt! Es könnte jeden Moment... Wenn du spürst, dass was passiert, geh einfach zu einer UV-Lampe! Alleine kann ich sie nicht stoppen, Aiden! Okay! Okay, holen wir sie uns! Das ist der Aiden, den ich kenne! Juan sucht dich! Ich soll dir sagen, dass er an Rose altem Außenposten ist! Ist er nicht auf dem Schiff? Offenbar nicht! Seine Stimme zitterte! Er sagte, er hätte Infos über Williams für dich! Vielleicht erfährst du was Neues! Ich... Ich muss zum Fischauge und mich um die Verwundeten kümmern! Und um Frank! Er ging, um die Leute vor den Raketenangriffen zu warnen! Angeblich hat es ihn schwer erwischt! Aiden, keiner darf von Veronica erfahren! Vergiss das nicht! Ich weiß, dass du es nicht warst! Aber Jack? Die Peacekeeper? Denen ist das egal! Sie dürfen uns nicht aufhalten! Werden sie auch nicht! Dann bist du als euer Gericht!